Liebe Tempelfunker, seid gegrüßt zu einem neuen Interview mit mal wieder einem ganz besonderen Gast. Ich habe heute bei mir in meiner Runde im kleinen Keller den Co-Host des erfolgreichsten täglichen Fußball-Podcasts im deutschsprachigen Raum, der Bild-Podcast Stammplatz. Sei gegrüßt, lieber Chef-Stammi André Albers. Ich grüße dich zurück, Martin. Liebe Grüße aus Berlin in den Keller. Ja, vielen Dank. Schön, dass du heute hier bist. Und da ja meine Tempelfunk-Zuschauer und Zuhörer alle nur den Tempelfunk gucken und hören. Kennen sie dich vielleicht noch nicht? Deswegen würde ich dich bitten, stell dich doch mal kurz vor. Also ich bin André Albers. Ich mache seit 2022, und zwar seit dem Februar, den Stammplatz-Podcast. Also uns gibt es noch gar nicht so richtig lange. Und du hast gerade schon gesagt, wir sind damit relativ erfolgreich, haben vielleicht auch so eine kleine Marktlücke oder sind da reingestoßen, weil wir halt jeden Tag aktuellen Fußball machen, mit Ausnahmen von Sonderfolgen, die aber gar nicht mehr so oft vorkommen. Und wir dafür auch immer wieder Expertise von außen reinholen. Das heißt, von unseren Reportern, die ja bei Bild zum Glück in einer Vielzahl bei vielen Vereinen vor Ort sind. Das heißt, unser Informationsnetzwerk ist sehr groß und deswegen haben wir da einen kleinen Vorteil und natürlich auch immer viele Themen, über die wir sprechen können. Ich war vorher beim Radio, habe über zehn Jahre Radio gemacht und bin dann mehr oder weniger zufällig zu Bild gekommen. Also für mich war dann klar, es geht nach Berlin, der Liebe wegen. Und ja, dann ist es Bild geworden. Und das war für mich eine sehr glückliche Fügung, weil ich habe damit quasi mein Riesenhobby, meine ganz große Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ja, Marktlücke, du hast es gesagt, täglich und vor allen Dingen, ihr seid sehr, sehr früh dran. Also ich glaube, so fünf Uhr morgens, da ist die neueste Folge immer schon raus. Also für alle, die so früh raus müssen, im Auto sitzen, pendeln, ist perfekt. Also für diejenigen, jetzt verrate ich fast ein kleines Betriebsgeheimnis, aber für diejenigen, die ganz früh dran sein wollen. Wir laden meist am späten Abend, je nachdem, ob aktueller Fußball ist oder nicht. Also in Champions-League-Wochen, da sitzen wir auch schon mal bis eins, halb zwei zur Produktion. Also ich schneide die Sachen dann auch an der Folge. Aber wir laden sie dann relativ zeitnah in den Bildartikeln hoch. Das heißt, wenn man auf Bild.de klickt, kann man die Folge meistens schon am Abend vor der Veröffentlichung hören. Und wir sind mittlerweile auch so weit, dass wir so früh wie möglich rausgehen. Das heißt, dass wir teilweise auch schon um kurz nach zwölf oder je nachdem, wann wir fertig sind, um kurz nach eins, kurz nach zwei mit der Folge bei Spotify und anderen Plattformen rausgehen. Ja, super. Vielen Dank für die Info. Und da kann man auch gleich ein Bild-Plus-Abo in dem Sinne dann auch gleich mit abschließen. Dann wird man auch noch informiert. Und wie gesagt, der Tempelfunk sucht noch Sponsoren, falls vom Axel Springer Verlag jemand zuhört. Grüße an die Chefs auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Wir haben uns ja im Vorfeld, André, darüber unterhalten, was wir heute so alles thematisieren wollen. Und natürlich ist die Nationalmannschaft heute unser Hauptaugenmerk oder hat unseren Hauptaugenmerk. Und deswegen möchte ich mit der Einstiegsfrage anfangen. Wie intelligent war es dann vom DFB, das erste Nagelsmann-Heimspiel in die Hauptstadt zu geben mit dem Gegner Türkei? Ja, ich habe mich da im Podcast schon so ein bisschen in Rage geredet. Ich hatte da relativ wenig Verständnis für. Ich hatte schon wenig Verständnis für diese USA-Reise vor der Heim-EM, weil ich der Meinung bin, dass man in einem Land die Euphorie so groß wie möglich machen sollte und alles dafür tun sollte, dass die auch wirklich entsteht. Und deswegen fand ich diese Reise schon Quatsch. Gut, da konnte man noch nicht wissen, dass es unser neuer Bundestrainer Nagelsmann ist. Aber trotzdem, auch mit Flick hätte ich sie Quatsch gefunden. Ich finde es fast schon eine mittlere Katastrophe. Also wir haben es ja gesehen, was da jetzt passiert ist, stimmungsmäßig. Das war ein Heimspiel für die Türkei, weil viele Deutsch-Türken mit ihrem türkischen Herzen dafür richtig Stimmung gesorgt haben, was natürlich aus deren Sicht super ist. Total toll. Ich bin mir auch sicher, da waren ja auch viele deutsch-türkischstämmige Spieler in der türkischen Nationalmannschaft, die da gespielt haben. Für die war das ein Wahnsinnserlebnis. Aber halt für unsere deutschen Jungs nicht. Thomas Müller hat sich so ein bisschen gewundert, hat da auch gesagt, ja, das hat uns nicht so gefallen. Da habe ich mich halt gefragt, womit habt ihr gerechnet? Derjenige, der das entschieden hat beim DFB, was hat er gedacht, was da passiert? Also ich glaube, viel unglücklicher hätte diese Anlassung noch nicht sein können. Ich muss auch sagen, also meiner Meinung nach hätte man das Spiel am Dienstag gegen Österreich nicht in Wien spielen sollen, sondern halt in Berlin. Und dann, wenn es die Türkei dann hätte sein müssen als Gegner, dann halt in Ankara oder Istanbul, halt sprich in der Türkei. Dann hast du ein richtiges Heimspiel gehabt, ein richtiges Auswärtsspiel, auch richtig mit Feuer das Auswärtsspiel dann in der Türkei, weil die dann natürlich noch viel mehr Stimmung machen, die Fans, als jetzt in Berlin. Ich will kurz reinrägen und zwar die Gnade der frühen Geburt, sagt man, glaube ich, ich habe 2010 mir das Spiel vor 13 Jahren Deutschland-Türkei im Olympiastadion angeschaut. Das war ja nach der WM 2010, wo das ganze Land noch euphorisiert war, ob dieser jungen, neuen Mannschaft mit Müller, Neuer etc. Schweinsteiger-Lahm waren ja 2006 schon mit dabei. Und damals war es auch, ich glaube, das war ein Quali-Spiel für die EM 2012, meine ich. Das haben wir ja 3-0 gewonnen mit einem überragenden Mesut Özil. Da war ja damals auch schon so, dass die Türken sehr, sehr viel Stimmung im Stadion gemacht haben. Und es war am Anfang auch erst noch ein Auswärtsspiel. Der Unterschied war einfach, die Euphorie war bei den deutschen Fans halt noch da. Die haben auch euphoriemäßig dagegen gehalten. Und wir haben die Türken, wir in Anführungsstrichen, 3-0 abgefertigt und haben denen natürlich dann ziemlich früh den Stecker gezogen. Und das war der Unterschied. Und ich glaube, und da möchte ich jetzt gerne deine Einschätzung hören, dieses zarte Pflänzchen-Euphorie, was wir nach der USA-Reise vielleicht hatten, die meisten von uns. Ist das jetzt schon wieder zertreten worden mit dem Auftritt von gestern? Wir lassen bei uns im Podcast ja auch viele Hörer, viele Stammis zu Wort kommen. Und wenn man sich da den Querschnitt direkt nach dem Spiel angehört hat, dann bestimmt. Ich glaube aber noch nicht so richtig dran. Also ich bin auf jeden Fall bei dir, dass du sagst, wir hätten lieber das Österreich-Spiel zu Hause machen sollen. Dann wären wahrscheinlich auch 10.000 Österreicher im Stadion gewesen. Aber halt nur 10.000 und der Rest wären deutsche Fans gewesen. Oder Holland, auch ein gutes Beispiel. Da wären auch ein paar Niederländer da gewesen, aber halt nicht über die Hälfte. Und ich glaube, dass für den Moment, dass diese Euphorie ein bisschen gestoppt ist, obwohl ich auch glaube, dass die noch gar nicht so richtig aufgekommen ist. Ich glaube, dafür hätte es schon mehr gebraucht als ein Sieg und ein Unentschieden auf dieser USA-Reise. Aber ich glaube, dass sowas gerade auf dem Weg zu seiner Europameisterschaft auch super schnell wieder in die andere Richtung umschlagen kann. Also mal angenommen, wir gewinnen da jetzt 2-0 am Dienstag gegen Österreich. Dann glaube ich, sieht es auch schon wieder ganz anders aus. Erstens, weil da die Null stand, was glaube ich extrem wichtig für die Wahrnehmung des deutschen Fußballs momentan in der Öffentlichkeit ist, dass wir hinten mal wieder gut stehen. Und zweitens, weil das Erfolgserlebnis da ist gegen eine Mannschaft, und das hat Nagelsmann gestern selber, glaube ich, richtig gesagt, die vielleicht noch ein bisschen besser einzuordnen ist als die Türken gestern. Lass uns nochmal darauf zurückkommen, explizit auf das gestrige Spiel. Was hast du denn gestern gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast? Stichwort Linksverteidiger. Ja, ich habe erst gedacht, Mensch, ich kann das irgendwie verstehen, dass Julian Nagelsmann so viele wie möglich richtig gute Fußballer gleichzeitig auf dem Platz haben will. Das hat er ja bei Wirts und Mosianer auch schon so gemacht, dass er gesagt hat, die müssen beide spielen. Die sind beide so gut, ich kann nicht einen von denen auf die Bank setzen. Ich habe mich aber in der Redaktion von einem erfahrenen Kollegen überzeugen lassen, der zu mir heute gesagt hat, André, wir haben so viele gute Offensivspieler. Wir brauchen Leute, die verteidigen können. Und wir haben schon fünf gute Offensive. Wir brauchen nicht noch einen mehr. Die sind schon so individuell stark, gerade wenn dann Wirts, Mosianer, Sané alle gleichzeitig auf dem Platz stehen. Die sind so gut. Wir brauchen Leute, die auch richtig gut verteidigen können. Das ist Kai Havertz nicht. Und ich glaube, das ist ein kleiner Fehler vom Bundestrainer im Gedankenspiel. Du brauchst gar nicht acht Individualkönner, du brauchst wahrscheinlich nur vier. Und der Rest muss einfach solide sein. Das sieht man ja auch auf der Sechser-Position mit Kimmich und Gündogan genauso. Scheint nicht zu funktionieren. Da muss dann Pascal Groß oder meinetwegen ein Andrich, wenn er wieder Spielpraxis hat, auf die Sechs stellen, damit es halt funktioniert. Ja, ich glaube einfach, der Herr Nagelsmann hat jetzt irgendwie die Büchse der Pandora geöffnet, weil er hat ja eigentlich nach diesem Spiel mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen. Einer Seite ist dieses Havertz-Ding. Er hat ja mit einer Dreierkette gespielt. Havertz war ja nominell jetzt der Linksverteidiger, aber eigentlich war er ja quasi freies Radikal, sage ich jetzt mal. Der Linger-Münzfeldspieler war ja eigentlich, oder beide, Sané, Havertz, das war ja quasi eine Höhe. Ja, aber du machst jetzt das Ding auf. Havertz, nominell Linksverteidiger. Und dann hast du Gündogan und Kimmich, die sich ja beide ähneln und sich quasi beide irgendwie aufgehoben haben in ihrer Leistung, so nenne ich sie jetzt mal. Und das ist du hast wieder Fragezeichen. Du weißt jetzt immer noch nicht, wen lässt du jetzt auf der Doppelsex stehen? Ja, ist das Havertz-Experiment? Ist das jetzt geglückt? Ist das für die Zukunft? Und gehe ich da vielleicht ein bisschen zu weit, wenn ich sage, hat Kimmich vielleicht gestern sogar seinen Stammplatz verloren? Weil, wenn er bei einer Dreierkette bleibt und man jetzt gesehen hat, Gündogan und Kimmich, das funzt nicht. Er hat jetzt aber Gündogan als Kapitän bestätigt. Das heißt, den wird er ja nicht absägen, den wird er nicht opfern. Kimmich kannst du nicht als Rechtsverteidiger mehr reinschieben, wenn du eine Dreierkette hast. Kann da was ins Rutschen gekommen sein gestern in der Causa Kimmich? Ich glaube auf jeden Fall, dass er trotzdem Erkenntnisse gewonnen hat. Also ich glaube, dass kein Spiel umsonst ist momentan für Johann Nagelsmann, weil der halt auch nicht so viele Einheiten mit der Mannschaft hat. Ich glaube, dass das stimmt, was du sagst. Also die Folge kommt ja am Montag raus, richtig? Ja, genau. Das heißt, heute in der Stammplatzfolge sagt unser Nationalmannschaftsreporter Tobi Altscheffel, dass das quasi ein Sechser-Endspiel für Kimmich morgen ist. Weil der kann jetzt nochmal zeigen, ich kann auch den Sechser spielen, der nicht die ganze Zeit das Spiel gestalten und den Ball haben möchte. Und ich kann den Abräumer machen. Und wenn das nicht klappt, dann hast du richtig gesagt, ist Gündogan der Kapitän, der wird nicht auf der Bank sitzen. Dann kann Joshua Kimmich nicht auf der Sechs spielen, weil du kannst nicht mit zwei Leuten, die immer den Ball haben wollen, die viel zu aktiv sind, bei einer Europameisterschaft spielen, dass das in die Hose geht. Das sehen wir doch auch seit Jahren. Und deswegen glaube ich, ja, das ist die letzte Chance für Kimmich zu zeigen, dass er sich selbst zurücknehmen kann. Und ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach. Wäre es vielleicht auch besser gewesen, Hummels zu bringen von Anfang an, beziehungsweise er hatte ja so leichte Blessuren. Er, glaube ich, Rücken hatte er. Er saß aber auf der Bank. Ich weiß nicht, wie fit er ist. Das ist halt die Frage. Ich glaube, dass es für die EM, wenn er schon bei der Dreierkette bleiben möchte, wonach es ja aussieht, also wenn man ihn hinterher im Interview mit Lorenzo Matthäus gesehen hat, dann glaube ich, dass Nagelsmann nicht denkt, dass es an der Grundordnung liegt, sondern eher daran, wie die Leute das interpretieren. Ich glaube nur, dass du dann nicht mit Benny Henrys in der Dreierkette spielen kannst. Ich glaube, du brauchst dann drei klare Innenverteidiger. Ich verstehe schon, warum er das macht. Er macht das, weil du in Henrys, da kannst du das System im Spiel einfach wechseln, weißt du? Der kann dann auch in der Viererkette rechts spielen. Das verstehe ich schon. Aber ich glaube, dass wenn du, du musst es durchziehen, du musst dich für etwas entscheiden und dann kannst du besser Tar, Rüdiger, Hummels spielen als Tar, Rüdiger, Henrys oder in welcher Konstellation auch immer. Du brauchst, glaube ich, drei ganz klare Innenverteidiger dann, weil wir eben verteidigen müssen und nicht immer nur in die offensiv denken. Obwohl es ja ganz gut offensiv anfing. Wir, in Anführungsstrichen, deutsche Nationalmannschaft, ist 1-0 in Führung gegangen. Die ersten 20 Minuten ließen sich gut an. Was passierte dann, André? Ja, dann hat man, also erstens hat man auf dem Platz irgendwie nicht das Feuer entfachen können, dass man sagt, hier, wir sind hier heute her im Haus und das Stadion mitnehmen. Das wäre vielleicht auch ganz wichtig gewesen. Vielleicht wäre es dann auch anders ausgegangen. Und zweitens kam dann halt auch das Stadion dazu, als man gesehen hat, die Türken haben viele gute Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, die Balance stimmt einfach bei uns noch nicht. Ich sage, wir bleiben mal bei wir, bei uns. Das ist nun mal unsere deutsche Nationalmannschaft. Die Balance stimmt bei uns noch nicht. Und das ist eben das, wovon ich mich heute halt auch überzeugen lassen vom Kollegen. Wenn du nur drei defensiv denkende Spieler hast und die anderen wollen eigentlich nicht mehr nach vorne glänzen, dann wird es nicht funktionieren. Und ja, ich bin gespannt, wie das am Dienstag aussieht. Also weil ich glaube, dass er sich auch nicht erlauben kann, nochmal so ein prestigeträchtiges Duell zu verlieren. Ich glaube, wir sehen eine andere Deutschlandselehrmannschaft. Vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger. Nagelsmann hat ja einen smoothen Auftritt hingelegt nach dem Spiel bei RTL, bei Florian König und Lothar Matthäus. Ihr habt das heute im Podcast genannt. Er balanciert immer so zwischen Coolness, Smart und Arroganz. Und er hat ja wieder so ein neues Wording reingebracht. Neue oder erfolgreiche junge Trainer haben das ja immer so. Die bringen gerne ein neues Wording rein. Bowling Six, jetzt mal als Beispiel. Da hat er gesagt, ist es nicht jeder ans Emotionslevel rangegangen. Also für mich heißt das ja als Fan, früher bei uns hieß das, der Spieler war nicht motiviert genug. Ja, ich finde das schwierig, das sage ich in der heutigen Folge von Stammplatz auch, das Spiel als Maßstab zu nehmen. Weil ich glaube nicht, dass die türkische Nationalmannschaft in jedem Spiel so motiviert ist, wie sie es an diesem Samstag waren. Denn das war natürlich besonders. Ich meine, da waren 50.000 Türken im Stadion, beziehungsweise Deutsch-Türken. Denn da sind ja nicht 50.000 Leute mit Flugzeugen aus Istanbul und Ankara gekommen, sondern das sind ja Menschen, die ihre Heimat hier gefunden haben. Und auch in der Mannschaft waren viele Spieler, die zwei Herzen in ihrer Brust schlagen lassen haben. Natürlich war das für die das Spiel des Lebens. Absolut. Das kann ich 100 Prozent nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass das das Emotionslevel ist, was dich dauerhaft und immer erwartet. Aber das ist auf jeden Fall ein Emotionslevel für ein EM-Halbfinale oder Finale. Und dann müssen wir da hinkommen. Dass es gestern bei den Türken ein größeres Emotionslevel war als bei den Deutschen, das kann ich sogar verstehen. Kann ich nachvollziehen. Ich gebe dir da auch größtenteils recht. Ich versuche nur noch mal, das ein bisschen anders zu sehen. Und zwar, wir sind nun mal der Gastgeber. EM im eigenen Land. Das heißt, die wollen uns alle nach Hause schicken. Egal, gegen wen wir da spielen, da wird uns immer Großartiges erwarten. Und die versuchen uns natürlich zu schlagen. Ich meine, ganz generell, klar. Aber das ist natürlich noch mal eine größere Herausforderung. Gegen den Gastgeber, gegen den vierfachen Weltmeister, dreifachen Europameister. Und bevor wir das Türkei-Spiel ad acta legen, generell noch mal die Frage, sind wir noch eine Turniermannschaft? Ich hoffe das. Also ich denke, wir haben auf jeden Fall die individuelle Qualität. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Diese Mannschaft ist gut genug, um unter die Top 4 in Europa zu kommen bei diesem Turnier. Also ich bin mir sicher. Und ich traue auch Julian Nagelsmann zu, dass er das innerhalb einer Vorbereitungszeit vor einem Turnier, wo er die Mannschaft ja einen Monat am Stück zusammen hat, auch defensiv einspielen kann. Weil ich glaube, das ist wichtig. Vorne brauchst du Individualisten und hinten brauchst du ein Konzept. Und das müssen die gemeinsam hinbekommen. Und ich glaube schon, dass wir eine Turniermannschaft sein können. Erstens, weil wir die Arroganz nicht mehr haben können, irgendjemanden zu unterschätzen. Dafür haben wir viel zu oft verloren in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Und zweitens, weil glaube ich, spätestens, wenn dieses Turnier im eigenen Land anfängt und man sieht, dass dann hoffentlich auch eine Euphorie entstanden ist, jeder weiß, worum es geht. Deswegen, ich habe immer noch große Hoffnungen. Also ja, ist ein Dämpfer und ja, sieht momentan nicht so gut aus. Aber ich glaube, dass all das, die Qualität, plus niemanden mehr unterschätzen, plus die Emotionalität, auf das Level kommen wir noch. Da bin ich sicher, das zu führen kann und wird, dass wir ein gutes Turnier machen. Kurz noch mal ein bisschen was aus der Vergangenheit, ob er erzählt vom Krieg. 2005, also es wird ja immer gerne so das Beispiel 2006 genommen. Und da war es ja im April so, da haben wir ja eine Reibe in Florenz gegen Italien bekommen. 1 zu 4, wo Klinsmann ja auch ganz, ganz doll wackelte. Das wird ja auch immer so als Beispiel herangenommen, dass da auch noch nicht so eine Euphorie war. Aber sehe ich ein bisschen anders, weil ich gebe zu bedenken, damals ein Jahr vorher war ja der Konfett Cup. Das ist ja dann immer so, ein Jahr vor der Weltmeisterschaft im Gastgeberland Konfett Cup. Das war ja dann so der Probelauf für Deutschland, für die Weltmeisterschaft. Da sind wir Dritter geworden, haben tolle Spiele gezeigt. Und die neuen Stadien damals, die waren ja alle brandneu, wurden mehr oder weniger eingeweiht. Und da war dann schon ein Jahr vorher wirklich Euphorie bei den Leuten da. Ja, natürlich über die Wochen und Tage dieses Konfett Cups, weil sie gesehen haben, was möglich sein kann, wenn dann die Weltmeisterschaft anrollt. Das haben wir jetzt natürlich nicht. Wir haben jetzt die zehn Hansi-Flick-Spiele hinter uns. Jetzt haben wir Nagelsmann, jetzt hatten wir eine kurze Euphorie und jetzt haben wir 2 zu 3 gegen die Türkei. Und das bringt uns jetzt mal auf den Dienstag. Ernst-Happel-Stadion in Wien gegen Österreich. Die Österreicher schätzen sich noch stärker ein, gerade zu Hause, als die Türken. Siehst du das ähnlich? Sehe ich auch absolut ähnlich. Also wenn du dir die Namen anschaust, auch bei den Türken hat ja lange nicht die erste Elf gespielt. Und wenn du dir die Namen anschaust, dann denke ich, dass die Österreicher auf jeden Fall eine bessere Mannschaft haben. Die werden auch hoch motiviert sein. Ich glaube, das Emotionslevel, daran darf es nicht fehlen bei unseren Jungs. Also das wäre fatal jetzt nach dem Türkei-Spiel. Ich will aber auch zu bedenken geben, 2006 hatten wir meiner Meinung nach eine viel schlechtere Mannschaft als jetzt. Also die Qualität des Kaders, die fußballerische Qualität, das Leistungsvermögen, wenn alle bei 100% sind im Kopf, sowie auch körperlich, war viel, viel geringer als das, was wir jetzt haben. Ja, aber du hattest damals alle auf ihrem Emotionslevel, weil es waren alle dankbar. Ja, geil, ich bin dabei, geil, ich bin bei einer Heim-WM dabei und die haben natürlich 110% gegeben. Und ich habe das ja vorhin gesagt, Emotionslevel ist ja auch so ein bisschen Motivation oder warum sind die nicht motiviert, ist ja auch immer irgendwo eine Trainersache. Wenn er sagt, zwei, drei Spieler oder einige Spieler, hat er gesagt, waren nicht auf ihrem Emotionslevel, da muss man sich als Trainer die Frage gefallen lassen, warum hast du dich nicht auf ihr Emotionslevel gebracht, warum waren die nicht motiviert? Genau, das ist auf jeden Fall auch sein Thema. Ich kann dann nur nochmal meine Turniervorbereitungszeit, auf die ich große Hoffnung setze, kann ich dann nochmal ins Spiel bringen. Deswegen, der sieht die jetzt mal zwei Tage, guckt sich hier mal ein Länderspiel an, da mal ein Länderspiel, telefoniert da, schreibt hier nur WhatsApp. Aber dass er mit der Mannschaft zusammen ist, die einschwören kann und mit denen, gut, auf der USA-Reise hat er es vielleicht so ein bisschen in Teilen gehabt, aber auch nur kurz. Da lege ich große Hoffnung in diese Vorbereitung vor der Europameisterschaft über einen längeren Zeitraum, weil dann machst du eine Mannschaft. Das ist der Zeitpunkt, wo du sagen musst, jetzt musst du aus diesem Haufen Individualisten, die wir ja wirklich haben, also das kann ja keiner absprechen, dass überragende Fußballer sind. Ein richtiges Team machen und daran muss er gemessen werden. Also ich würde ihn jetzt mal noch nicht so krass anzählen, bevor er nicht ein Turnier vergeigt hat. Was ja mit einer deutschen Nationalmannschaft durchaus im Bereich des Möglichen ist, hat man ja die letzten Jahre gesehen. Kann passieren, klar. Dienstag müssen wir jetzt gewinnen, das haben wir festgestellt, gegen Österreich. Wie würde Andre Albers aufstellen? Boah, das ist schwer. Also wenn er sagt, ich finde, er sollte auf jeden Fall dabei bleiben, wenn er sagt, ich möchte eine Dreierkette spielen und das ist mein Plan für die EM, dann muss er auch eine Dreierkette spielen. Also er sollte jetzt nicht wieder zwischen Dreier, Vierierkette und so wechseln. Das fände ich nicht so sinnvoll, ehrlich gesagt. Also wenn, dann muss er es machen. Was ich machen würde, was er nicht tut, ist Joshua Kimmich einen rechten Flügel bekleiden lassen wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass er es macht. Ich denke, er wird ihn jetzt auf der Sechs auf jeden Fall dieses eine Spiel nochmal probieren. Und ich glaube, Joshua Kimmich wird ein gutes Spiel machen am Dienstag, weil ich glaube, dass der weiß, worum es geht. Der liest auch Zeitungen. Der klickt auch durchs Internet. Der weiß ganz genau, was los ist. Und ich glaube, der wird alles dafür tun, nicht so auszusehen, wie der, wegen dem die Statik kaputt ist. Weißt du? Und deswegen, ich würde mit drei Infra-Teile ganz spielen, drei Klaren. Vorne stellen wir uns sowieso, also kannst du eigentlich fast hinstellen, wenn du willst, sind alle gut. Ich finde auch Julian Brandt richtig gut. Also ist eigentlich egal, wie wir es machen, es wird gut. Und im Mittelfeldzentrum würde ich mir einen, ich würde mir ja fast schon, ich meine, Gündogan ist ja gesetzt, aber ich würde mir fast schon Goretzka wünschen. Ich finde den als Spieler super. Also es ist halt auch nicht der Sechser, der zurücksteckt, aber ich finde den in der Offensive als Antreiber, vielleicht auch emotional, nochmal eine Klasse drüber, über den meisten anderen. Gündogan, überragender Fußballer, wollen wir nicht drüber reden, aber beide zusammen geht ja nicht. Ich glaube, ich würde Goretzka aufstellen. Goretzka groß würde ich versuchen. Okay. So, weil, also, ich kann das schwer erklären, weil ich kann eigentlich auch einen Gündogan, der Kapitän ist und auch von Man City war, nicht aus dieser Mannschaft rausreden. Aber ich glaube, für so ein Spiel gegen Österreich ist so ein Typ wie Goretzka einfach der richtige Mann. Also Gündogan und Kimmich dann beide raus? Oder Gündogan nach vorne weiter verschieben? Nee, ja, schwierig. Ich würde eher Gündogan entweder einen nach vorne setzen oder ganz rausnehmen tatsächlich und Kimmich würde ich nach rechts stellen. So, also wenn er eine Dreierkette spielt, ist Kimmich der rechte Mittelfeldspieler. Ja, ich finde das ja immer gut bei dir, also jetzt ganz kurz nochmal auf den Podcast, auf den Standplatz zurückzukommen für unsere Zuschauer und Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen. Du hast immer eine klare Meinung, klare Kante. Ja. Das finde ich immer super, kann man sich auch dran reiben und jetzt auch gerade mit deiner Aufstellung, wäre interessant, aber ich glaube halt nicht, dass er den Kapitän Gündogan rausnimmt gegen Österreich. Nee, aber du hast ja mich gefragt. Ja, ja, klar, natürlich. Also wenn du mich fragst, was macht Nagelsmann, da bin ich mir sicher, dass wir die gleiche Doppelsex nochmal sehen. Also, weil ich glaube, er muss es nochmal versuchen, wenn er, mal angenommen, er nimmt jetzt einen von beiden raus, dann hast du ja... André, aber er hat ja auch nicht mehr so viele Spiele. Also, morgen gegen Österreich ist das Länderspiel ja vorbei und ich glaube, dann geht es ja auch erst wieder im März weiter. Ja, aber wenn der, guck mal, wenn er vorher sagt, Gündogan ist mein Kapitän und Kimmich sehe ich auf der Sechs, dann muss er es ja nochmal versuchen. Er muss es ja nochmal versuchen. Was soll er machen? Er kann ja jetzt nicht mit zwei anderen spielen oder mit Groß und Gündogan spielen. Warum nicht? Er könnte es schon, aber wenn er Kimmich da sieht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kimmich bei der EM auf der Bank sitzt. Das glaube ich nicht. Also, ich glaube, es stand jetzt einfach nicht. Das heißt, du müsstest ihm dieses Spiel, in dem er zeigen kann, dass er die Sechserposition defensiv interpretieren kann, müsstest du ihm geben, damit er es zeigen kann. Und wenn er es jetzt nochmal spielt und wieder nicht zeigen kann, dann muss er da weg. Dann muss er da weg. Ich halte Joshua Kimmich übrigens für einen überragenden Fußballer. Ich weiß halt nur nicht, ob der der überragende defensive Sechser ist. Das glaube ich nicht. Und das sieht Thomas Tuchel übrigens ja genauso. Ansonsten wird er nicht ständig versuchen, einen neuen Sechser zu bekommen. Also, der sieht den auch nicht als den verteidigenden, tiefen Sechser. Der sieht den als den spielenden, offensiv einleitenden Sechser. Wäre es für Kimmich besser gewesen, gerade auch beim FC Bayern, Tuchel zu sagen, komm, stell mich hinten rechts rein, um einen Stammplatz zu sichern? Hat er jetzt vielleicht sich ein bisschen verzockt oder könnte es passieren, dass er sich verzockt hat? Ich weiß nicht, was... Julian Nagelsmann hat ja Kimmich jetzt auch lange trainiert. Ich weiß nicht, was Julian Nagelsmann sich denkt. Aber ich glaube, dass Joshua Kimmich fest davon überzeugt ist, dass er kein Rechtsverteidiger ist. Dass er da verschenkt ist, wie man so schön sagt. Ich glaube, dass Joshua Kimmich das selber von sich denkt, so wie Philipp Lahm das immer von sich gedacht hat. Und wir alle wissen, Philipp Lahm war am besten hinten rechts. Ja. Und mit dem sind wir auch Weltmeister geworden. So ist es. Nachdem wieder umgestellt wurde. Genau. Gündogan, ist das der richtige Kapitän? War das gut von Nagelsmann, dass er den bestätigt hat? Ich glaube, es war schwierig für Nagelsmann, das wieder zurückzudrehen. Also das war ja so kurz vorher, hätte er das gemacht, das wäre schon ein Härtefall. Das wäre ja, hätte er Gündogan ja fast schon gekillt in der Nationalmannschaft, muss man ehrlicherweise sagen. Also wenn er Gündogan die Bünde weggenommen hätte, das wäre ja ein Riesenzeichen gewesen. So, und ich glaube fast, ist es der richtige Kapitän? Mein Gefühl sagt nein. Konnte er das ändern? Sag mein Gefühl auch nein. Er muss das machen. Wenn du die Qualität von Gündogan auf dem Platz haben möchtest, dann kannst du ihm nicht kurz vorher die Binde wieder wegnehmen, nur weil der Trainer ist. Das ging nicht. Das ging einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass Gündogan ein schlechter Kapitän ist, aber ich weiß nicht, ob er der ist, den wir fürs Heimturnier brauchen. Weißt du? Ob das der ist, der am Ende die Euphorie im Land auslöst. Muss er vielleicht aber auch gar nicht sein, wenn das zwei, drei andere machen. Ist nicht auch das Problem bei Gündogan gewesen. Also ich bin auch, sehe Gündogan sehr, sehr gerne, habe ihn immer gerne bei ManCity gesehen. Bei Borussia Dortmund, Barca habe ich mir jetzt noch nicht so oft angeguckt, aber ich habe mir auch so die Frage gestellt, warum hat er in der Nationalmannschaft nicht so oft gezündet? Er hat ja jetzt wenig überragende Länderspiele gemacht. Kann es auch daran liegen, ich meine, Gündogan ist ein Spieler, denke ich, der das hundertprozentige Vertrauen seiner Trainer braucht. Damals Jürgen Klopp, Dortmund, hat das Vertrauen bekommen. Pep Guardiola hat ihn als ersten Spieler geholt zu ManCity, als er da Trainer wurde. Die haben sogar in einem Haus gewohnt. Hat ihm das Vertrauen geschenkt. Also mehr Vertrauen geht ja nicht. Und so unter Löw und Flick hatte Gündogan vielleicht immer das Problem, dass zu viele Bayern-Spieler seine Position spielen konnten, die vielleicht mehr Vertrauen bekommen haben. Also dass Al-Gündogan sich da gar nicht entfalten konnte und er gar nicht so diese Wertschätzung erfuhr. Sehe ich das richtig? Ja, ich kenne Ilka Gündogan nicht gut genug, aber ich glaube tatsächlich, dass für ihn bei der Nationalmannschaft die Rolle vielleicht hier und da auch ein bisschen zu defensiv war. Also die Rolle auf dem Platz, weil ich glaube, dass das, vielleicht ist er auch gar kein Sechser, vielleicht ist er eher ein Achter mit Zehner-Qualitäten, weißt du? Und wenn du einen Sechser brauchst und den dann möglicherweise zum Beispiel neben Goretzka gestellt hast, das passt dann irgendwie vielleicht auch nicht zusammen. Das ist ja genau das Problem von Joshua Kimmich, was der jetzt hat. Denn der ist ja auch eigentlich eher einer, auch wenn alle den als zentral-defensiven Mittelfeldspieler sehen, ist es ja eigentlich eher einer, der nach vorne will. Und davon haben jetzt so viele in der Nationalmannschaft. Wir bräuchten lieber noch, wir brauchen noch mehr Gattusos und weniger Pilos bei uns im Team. Umso mehr ich darüber nachdenke, ist diese Geschichte, die du vorhin da gebracht hast mit Goretzka und Groß, macht sie Sinn. Weil mit Havertz, wenn er wieder zurück ist, du hast ja Offensivkräfte, hast du dann auf dem Platz Havertz, Musiala, Sané, Wirtz, vorne den Füllkrug. Dann hast du noch einen Gündogan, der ja eigentlich mehr und mehr so dann die Acht ist. Richtig. Und du hast viel, ja, stimmt ja alles, was du sagst. Zu wenig Leute, die da nach hinten denken. Ja, eigentlich müsstest du die, ja, müsstest du Goretzka groß bringen und entsprechend hast dann genug Offensivkräfte mit den aufgezählten auf dem Platz. Wäre ein Experiment wert, aber du hast halt, wie gesagt, hinten raus jetzt keine Länderspiele mehr groß, um das zu testen. Es gibt auch ehrlicherweise nicht so richtig viele Spieler, die die 90 Minuten auf gleichem Niveau gehen können. Das kommt ja auch noch mit dazu. Das heißt, es gibt Schlechteres, als nach 60 Minuten einen Julian Brandt einzuwechseln, zum Beispiel. Oder einen Kai Havertz einzuwechseln. Oder einen Serge Gnabry einzuwechseln. Der träumen ja andere Länder von oder andere Nationen von. Und das ist halt das Ding. Ich weiß gar nicht, ob Julian Nagelsmann sich einen Gefallen damit tut, die alle gleichzeitig auf den Platz zu stellen. Muss vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es auch einfach geil, ohne Qualitätsverlust wechseln zu können. Und dass dann ein kaputter Gegner nach 16 Minuten sagt, boah, ey, jetzt ist der, meinetwegen, jetzt ist der Musiala raus, jetzt kommt der Havertz rein. Was ist hier denn los? Weißt du? Zu einer guten Verteidigung gehört ja auch immer ein guter Torwart. Ja. Wer steht denn beim Eröffnungsspiel im deutschen Tor? Ich weiß nicht, wie zerrüttet das Verhältnis von Julian Nagelsmann und Manuel Neuer ist, wenn ich einen ins Tor stellen sollte. Und er in Form ist, was ich glaube ich tatsächlich momentan so aussieht, als wenn er da schnell wieder hinkommen könnte, ist es für mich immer mal Null Neuer. Also ich weiß, dass Marc-André Ter Stegen ein super Torwart ist. Ich weiß, dass der eine Barca-Legende ist, eine lebende Barca-Legende. Ich weiß das alles. Ich habe aber in der Nationalmannschaft, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, noch kein einziges gutes Spiel von ihm gesehen. Noch keins. Null. Der hat noch nicht ein Länderspiel gerettet. Er hat aber auch immer das Problem gehabt, er ist jetzt erst seit kurzem oder seit der Neujahr-Verletzung ja nun die Nummer eins. Er hat ja immer das Problem gehabt als Nummer zwei, dass er natürlich immer so mit zusammengewirfelten Vorderleuten, zusammengewirfelten Mannschaften dann spielen musste gegen irgendwelchen unliebsamen Gegner. Das ist ja immer das Problem, was du als Nummer zwei oder Nummer drei hast, wenn du mal spielen darfst. Und da ist natürlich die Chance groß, dass du nochmal die Kiste voll kriegst. Aber ja, bin ich bei dir. Barca, Top-Leistung, Nationalmannschaft. Es war jetzt natürlich auch schlecht, dass er verletzungsbedingt jetzt für die zwei Länderspiele abreisen musste. Für mich ist Manuel Neuer der beste Torwart aller Zeiten. Und wir haben ja alle so ein bisschen Sorge gehabt auch, kommt der überhaupt wieder zurück? Jetzt haben wir zwei, drei Spiele gesehen, wo man sagen kann, ja, hier und da ist schon die eine richtig gute Parade dabei. Und ansonsten sieht das auch schon sehr gut aus, meiner Meinung nach. Und wenn der wieder auf seinem normalen Leistungsstand ist, geht für mich an Manuel Neuer nichts vorbei. Auch kein Weltklasse. Weltklasse, muss man überlegen. Weltklasse mag andere Tester gehen. Deswegen immer, wenn wir über unsere Mannschaft reden, ja, wir haben Probleme in der Verteidigung. Aber ansonsten, wir haben so viele Positionen, wo wir wirklich Weltklasse besetzt sind. Wir haben Wirz und Musiala. Also da würden Länder für töten, dass die einen davon haben. Wir haben Wirz und, wir haben die beide. Das ist ja unglaublich. Wir haben Leroy Sané in der Form. Das ist Wahnsinn. Ja, aber trotzdem, André, trotzdem müssen wir uns ja einreihen. Also auf dem Leistungsniveau USA, Mexiko, Türkei, Österreich. Das ist doch gerade das, wo wir sind. Ich gebe dir ja recht, wenn du die ganzen Leute aufzählst, dann wären wir eigentlich neben Frankreich der EM-Favorit. Aber die ziehen halt nicht durch. Die ziehen halt nicht 90 Minuten durch. 20 Minuten, 1-0 und dann Gang raus und dann, ja. Ja, aber eigentlich sagst du das Gleiche, was ich auch sage. Wir haben nur einen anderen Zeitpunkt. Weißt du, also du sagst, momentan sieht es nicht gut aus. Ich sage, das stimmt. Aber wenn diese Mannschaft die Abstimmung, es geht in der Defensive, es ist so viel Abstimmung. Es ist auch da, wir sind mit Sicherheit nicht Weltklasse in der Defensive, vom Personal her. Auf gar keinen Fall. Aber wenn diese Defensive sich gefunden hat und es die Möglichkeit dazu gibt, sich da einzuspielen, dann bin ich sicher, kann das auch funktionieren. Also ich, auf den ersten Blick sagen die Ergebnisse aktuell jetzt gerade, ja, wir sind nicht mehr als Mexiko oder die USA. Auf den zweiten Blick würde ich sagen, abwarten. Gut. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich weiß, ich habe nicht so viele Argumente, weil Hansi Flick mit der Mannschaft das Turnier jetzt zuletzt in Katar auch nicht so gut gespielt hat. Aber ich habe immer noch großes Vertrauen. Und ich will einfach auch, also da bin ich auch stur, ich will einfach nicht einsehen, dass das nicht besser geht als so. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich versuche es mir auch immer wieder einzureden. Aber sie enttäuschen uns halt ja immer regelmäßig. Aber gut, es ist halt immer ein Turnier im eigenen Land. Wie gesagt, ich denke auch immer an 2006. Da habe ich in Berlin gelebt, vier Wochen, super geiles Wetter. Jeden Tag unterwegs gewesen. Ich durfte drei Spiele im Olympiastadion in Berlin sehen, unter anderem Deutschland, Argentinien. Hatte sogar die Möglichkeit, das Finale zu sehen. Habt ihr Auslosung gewonnen. Aber es war leider ein Mannschaftsgebundenes Ticket. Das heißt, ich hätte das Finale nur sehen können, wenn Deutschland ans Finale kommt. Deswegen habe ich im Halbfinale nach dem Gattuso-Treffer, ja, ne, nicht Gattuso. Grosso. Grosso, Grande Grosso. Grande Grosso, ja genau. Nach dem Treffer war ich dann natürlich doppelt down. Aber klar, war natürlich halt, wie gesagt, eine andere Phase, eine andere Zeit im Land. Ja, da muss man auch aufpassen, eins zu eins das zu kopieren. Geschichte wiederholt sich nicht. Also wir müssen die eigene, eine eigene Erfolgsgeschichte hoffentlich schreiben. Und ich hoffe ja auch, dass sie jetzt am Dienstag zum Beispiel in Wien den Turnaround wieder schaffen. Wie hoch gewinnen wir denn gegen Österreich? Ich würde mich freuen, wenn wir überhaupt gewinnen. Also mir wäre ja mittlerweile, damit sich das Land ein bisschen beruhigt, mir wäre ein 1-0 lieber als ein 4-3. So, weißt du, damit alle ein 1-0, wo Kimmich zeigen kann, ich habe hier richtig geil abgeräumt, wo die Dreierkette mit drei Innenverteidigern, Julian Nagelsmann bitte, so funktioniert. Und wo wir vorne ein Tor durch individuelle Klasse von Sané und Füllkrug machen, wird mir komplett ausreichen. Okay, ich unterschreibe das mit. Wir gewinnen 1-0 gegen Österreich. Das heißt, es reicht, wenn man den Podcast jetzt hier hört und auf YouTube sich Montagabend anschaut, brauchen wir Dienstag das Länderspiel gar nicht gucken. Ich bin festgelegt, 1-0 Sieg in Wien gegen Österreich. 87. Minute. Ja, das wäre jetzt krass, oder? Also, okay, also ich werde mal einen Tipp abgeben. Ich werde einen Fünfer irgendwo setzen. Bei euch sagt man immer dann, wir machen den Deckel drauf auf das Thema Nationalmannschaft. Auf die Türkei haben wir zurückgeblickt. Auf Österreich haben wir vorausgeschaut, haben dann so ein bisschen die Aufstellung analysiert und sind guter Dinge und Hoffnung, wir beiden Naivlinge, dass es bei der EM irgendwie klappt. Ich habe vor ein paar Wochen mitbekommen, dass du ja auch Football-Fan bist. Ich habe hier meine New England Patriots-Kappe vom Frankfurt-Game aufgesetzt, weil, und das habe ich auch mitgekriegt, du warst am 12. November jetzt auch in Frankfurt und hast dir das Spiel in Indianapolis Colts gegen New England Patriots angeschaut. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kamst du zum Football? Boah, das ist schon ein bisschen her. Also, irgendwann ist der Hype ja so richtig losgegangen. Lag, glaube ich, an den Kollegen von Run NFL. Die haben das ja prominent gemacht, auch prominent im Fernsehen gezeigt. Und es fing bei mir eigentlich so ein bisschen an. Ich habe als Radioreporter auch immer von so Veranstaltungen berichtet, wie so einer Superbowl-Party damals bei mir in Wilhelmshaven im Pumpwerk gab es das immer. Und da habe ich aber mit dem Sport noch gar nicht so viel am Hut gehabt. Das hat sich dann erst mit der Zeit entwickelt, als es dann auch präsenter im deutschen Fernsehen war. Ja, und dann natürlich die großen Stars, Tom Brady, Riesending, wollte ich immer wieder sehen, sowohl bei den Patriots als dann später auch bei den Buccaneers. Und ja, so bin ich dann auch hängen geblieben, habe dann Woche für Woche auch geschaut und habe dann jetzt auch tatsächlich, also ich war dieses Jahr jetzt schon zweimal beim Football. Ich war einmal in Tottenham, habe mir da Baltimore Ravens gegen Tennessee Titans angeguckt. Ich habe es gesehen bei Instagram. Genau, und jetzt zuletzt. Entschuldigung, ich war da auch noch absolut neidisch, weil ich hatte das Ticket für Frankfurt noch nicht. Und habe dich da mit deinem Kumpel da gesehen, Tottenham-Stadion. Das ist ja ganz toll, das Tottenham-Stadion mit dieser Bierzapfanlage, wo sie den Bierbecher von unten füllen. Das Tottenham-Stadion ist im Allgemeinen mega geil. Also so ein schönes Stadion, das haben die wirklich richtig gut gemacht. Auch mit diesem Tottenham-Hahn da oben drauf und das ist richtig cool, sieht richtig gut aus. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, beide Spiele waren jetzt keine Hochkaräter. Es liegt aber so ein bisschen, ich habe mir hinterher mal die Statistik angeguckt, es liegt tatsächlich an den Auslandsspielen. Also immer wenn die Teams außerhalb der USA unterwegs sind, dann sind es meist keine Highscoring Games, wie man in Amerika sagt. Sondern da ist man ein bisschen vorsichtiger und dann siehst du Defensivschlachten und Federfestivals, so wie wir bei den Frankfurts. Ja, nimm uns mal mit, dein Frankfurt-Tag, wie war der? Wie machst du einen Football-Tag? Also ich muss ehrlich sagen, ich war ja akkreditiert. Das heißt, ich war für Bild da quasi mit einem Kollegen zusammen noch. Und dann bist du halt da, wir waren relativ früh am Stadion. Wir sind dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, man kann so ein bisschen das auch aufsaugen dann. Also sind wir hingefahren, ich finde es ganz interessant, dass beim Football, das wird es beim Fußball ja niemals geben, alle das Trikot ihres Teams anhaben. Es ist völlig egal, wer da spielt. Also ich habe so viele unterschiedliche Football-Trikots gesehen, obwohl ja eigentlich die Partie Petschwitz gegen Colts war. Das war sehr interessant. Dann sind auch alle gut drauf. Also ich habe überhaupt gar keine feindselige Stimmung wahrgenommen, wirklich gar nicht. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Und ich finde, der größte Unterschied zwischen Football und Fußball ist für mich das situationsabhängige. Also beim Football ist es ja oft auch noch so, der Stadion-DJ haut Musik rein und dann singen alle. Oder es passiert ein cooler Run oder ein guter Pass und es jubeln alle. Ist beim Englisch und Fußball übrigens genauso. Also auch da gibt es keine Gesänge oder so. Ich war letztens bei einem Länderspiel in England, Italien. Da ist es auch sehr situationsabhängig. Und das ist ein deutsches Stadion beim Fußball ja mittlerweile anders. Da gibt es ja Dauersupport. Also es lief wahrscheinlich so ein bisschen daran, dass es keine richtigen Ultras beim Football gibt. Und ich finde es trotzdem, fand es sehr angenehm. Also ich fand die Stimmung insgesamt sehr, sehr angenehm. Ich fand halt, wie gesagt, das Spiel sehr schlecht. Ja, das Spiel war wirklich ja punktarm. Ich glaube, Colts gegen New England Patriots, das war das punktärmste Spiel von NFL-Teams außerhalb der USA. Da habe ich auch mal gelesen. 10 zu 6 für die Colts. Ich meine, ich habe alles aufgesogen. War mein erstes NFL-Spiel und ich war da absolut super drauf. Und das war ein fantastischer Tag. Ich hatte ja auch das komplette Kontrastprogramm. Sonntag vorher war ich mit einem Kumpel in Hannover beim Niedersachsen-Derby im Gästeblock. Im Gästeblock konnte ich alles miterleben. Böller werfen und Pyrotechnik. Und dann haben sie ja da Sitzreihen rausgeschraubt und das Stadion auseinandergebaut. Und dann halt eine Woche später, was mir viel, viel besser gefallen hat, dieses NFL-Event. Weil genau das, was du sagtest, die Leute liegen sich da in den Armen, feiern eine riesige Party, sind gut drauf. Jeder hat ein anderes Trikot an. Und das ist halt das, was am Ende ja auch irgendwo zählt. Das ist Familienvater, glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall. Ja klar, wenn du so als Familienvater überlegst, stehst du beim Fußball oder so ein Derby, wo du Angst quasi um deine Gesundheit haben musst. Und dann beim Footballspiel ist es wirklich so eine Harmoniesauce, positiv gemeint. Und hat natürlich einen absolut geilen Unterhaltungscharakter, wenn man drauf steht. Allein jetzt mit der Hymne, das war ja super. Also ich meine, eine Ami-Flagge und eine Deutschland-Flagge, so groß wie eine Spielfeldhälfte jeweils. Ich glaube, so 60 Leute mussten da so eine Flagge halten. Dann Nationalhymnen, live gesungen. Also kann man sich natürlich immer drüber unterhalten. Die Deutsche nach der Amerikanischen, das ist natürlich dann immer so ein bisschen, naja, also ein bisschen mehr Singsang, aber okay. Das Ding ist, was ich so ein bisschen gedacht habe, ist für diejenigen, die im Fernsehen schon sagen, boah, Football ist echt lang und oft Werbung. Naja, im Stadion hast du halt keine Werbung, da sitzt du nur und guckst. Also ist schon ein langes Spiel, muss man sagen. 15.30 Uhr bis, ich glaube, 18 Uhr hat es fast gedauert. Also ist schon lang, ne? Ja, vor allen Dingen, genau darauf hatte ich mich ja gefreut. Schönen Sitzplatz. Bin ich ehrlich, ne? Bin auch schon ein bisschen, schönen Sitzplatz. Das Problem war, ich saß, hatte auch echt einen richtig geilen Platz, Grabowski-Tribüne. Wir waren aber der Block, die standen alle, die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Die ganzen vier Viertel. Und also ich war, als ich danach dann raus bin aus dem Stadion, ich war dann auch echt gut durch. Weil wirklich ein ganzes Football-Spiel überstehen, das war echt krass. Also muss ich wirklich sagen. Ja, aber ja, jederzeit gerne wieder. Freue mich drauf. Also wenn jetzt auch die European League nächstes Jahr wieder losgeht. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, zu den London-Spielen zu reisen. Weil da kriegt man ja auch leichter Tickets als für so ein Frankfurt- beziehungsweise nächstes Jahr spielen wir in München. Ja, absolut. Ja, absolut. Und auch das kann für Leute, die Football-Fans oder Football-interessiert sind, kann man nur empfehlen. Guckt euch das mal an, guckt euch das mal live an. Die Stimmung ist gut. Zwischenzeitlich immer so ein bisschen verhalten, habe ich das Gefühl. Aber sobald was passiert, sind die Leute da. Die Regeln sind auch gar nicht so kompliziert, wie man vielleicht im ersten Augenblick denken mag. Ich verweise da gerne auf mein Interview mit Jan Stecker. Dort hat er die Regeln nochmal alle erklärt. Und ja, würde sagen, machen wir den Deckel komplett drauf. Ja, gern. André, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Wir haben alles geschafft. Nationalmannschaft. Haben uns wieder zum EM-Favoriten gemausert. Quasi in diesem Interview. Voller Hoffnung. Haben Football nochmal Revue passieren lassen. Und haben da nochmal einen Ausblick drauf genommen. Ist auch übrigens heute Sonntag. Ich werde mir gleich nochmal das 22-Uhr-Spiel live reinziehen. Guckst du heute auch noch was? Ich gucke auch noch was. Ich gucke jetzt gleich ein bisschen Red Zone noch. Und später 22 Uhr bin ich auch noch dabei. Ich habe nämlich natürlich den Vorteil, dadurch, dass ich jetzt hier immer, ich sage mal, frühestens spät Nachmittags arbeite. Oft aber auch abends. Dass ich dann, wenn ich nach Hause komme, noch wach bin. Und beziehungsweise dann noch US-Sport läuft. So weißt du? Also Football, auch Basketball gucke ich hier und da nochmal. Weil das halt zu den Zeitpunkten oder zu den Zeiten kommt, wo ich auch wirklich da bin und Zeit habe. Ich kann so schlecht schlafen, wenn ich irgendwie nach einem Champions-League-Abend um halb zwei nach Hause komme. Und dann da sitze. Da kann ich nicht um ein Viertel vor zwei pennen. Das geht nicht. Und dann komme ich runter mit US-Sport. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Und ich freue mich morgen früh, Wochenstart, Montag, auf eine neue Folge, Stammplatz. Mit dir und mit dem Kilian. Kilian Gaffrey. Mit dem Podcast-Frau, bitte. Also Kilian Gaffrey hat jetzt ein paar Tage frei. Florian Witte ist da. Aber ja, gerne einschalten. Stammplatz überall, wo es Podcast gibt. Und auch bild.de in den größten Sportartikeln könnt ihr reinklicken. Würde ich mich freuen fürs Zuhören. André, vielen Dank für deinen Besuch. Dir alles Gute. Auch persönlich natürlich und gesundheitlich. Vor allen Dingen. Das ist ja das Wichtigste. Und ich hoffe, man sieht und hört sich nochmal. Hoffe ich auch. Danke dir. Ciao, ciao. In diesem Sinne. Mach's gut. Ciao. Applaus Applaus Untertitelung des ZDF, 2020